Sportwetten 4.7.2019 Tagesgewinn, 4.015 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltsamek kennt sie YouTube. Die Resultate der kostenlosen Sportwettenprognose für den 4.7.2019 liegen nunmehr vor und es wurde ein Gewinn von 4.015 Euro. Davon ist natürlich der Einsatz von 136 Euro abzuziehen, aber es bleibt immer noch ein Nettobetrag von Euro 3000. Es hat auch hier wieder mal gezeigt, es hat sich gelohnt immer auf Heimsieg und Auswärtssieg zu setzen, so ist der hohe Gewinn zusammengekommen. Nur so kann man eben vorteilhaft wetten und gewinnen. Donnerstag, 4.7.2019 Cardiff Neerdecon 1 und 2 2 zu 1 4 Euro 4 Euro Engordani Fiorita 1 und 2 2 1 1 Euro 75 7 Euro Chile Peru 1 und 2 0 zu 3 4 Euro 28 Euro New City Seattle 1 und 2 3 zu 0 1 Euro 65 46 Euro 20 Orlando Philadelphia 1 und 2 1 zu 3 2 Euro 55 117 Euro 81. Chicago Chicago Atlanta 1 und 2 5 zu 1 2 Euro 20 259 Euro 18 Minnesota San Jose 1 und 2 3 zu 1 1 Euro 85 479 Euro 49 Kansas City Los Angeles 1 und 2 1 zu 5 2 Euro 15 10 30,90 Euro Houston N. Chicago Atlanta 1 und 2 2 2 4 zu 0 1 Euro 90 9 10 158 70 Euro Salt Lake Columbus 1 und 2 1 zu 0 2 Euro 5 4 015 Euro 34 1036 Einsätze 1036 Reihen. Tara전 Apollo 7 Western neighborhood Florida